Albert Batu war ein französischer Fußballtrainer und Fußballspieler. Aufgrund seiner Erfolge ist er in die Geschichte des französischen Fußballs eingegangen. Im Jahr 2000 wurde er zum zweitbesten französischen Trainer des Jahrhunderts gewählt. Und Mitte 2013 hat ihn die Redaktion von France Football einmütig zum besten Vereinstrainer, der seit 1932 in der höchsten französischen Liga tätig war, erklärt. Der Spieler, seine Karriere als Spieler vollzog sich bei seinem Heimatverein Stade D. Reims, für den der Stürmer, der zunehmend in der Läuferreihe aufgestellt wurde, von 1937 bis 1950 erfolgreich, wenn auch durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, kickte. 1937 bis 1939 war Reims nicht in der höchsten Spielklasse vertreten und während der Besatzung gehörte Batu nicht durchgängig zum Kader des in der Nordstaffel spielenden Clubs. Aber er stand 1944 mit der regionalen Auswahlmannschaft Reims Champagner im Pokalendspiel. Ab 1945 unter wieder reguläreren Bedingungen spielte er in der Stammelfe des Erstligisten, mit dem er 1949 dann auch Meister und 1950 Pokalsieger wurde. Nach dem Pokalerfolg wurde Albert Batu Trainer eben dieses Vereins, wobei er sich in den folgenden beiden Spielzeiten immerhin noch in 34 der insgesamt 68 Erstligepazien selbst aufstellte. Sein Debüt in der französischen Fußballnationalmannschaft gab Batu am 6. Juni 1948. Er absolvierte 1948 und 1949 acht Einsätze für die Equipe Tricolore, schoss dabei ein Tor und war in vier Partien auch Mannschaftskapitän. Er folge als Spieler französischer Fußballmeister 1949 mit Stade de Reims, französischer Fußballpokalsieger 1950 mit Stade de Reims. Der Trainer Gleich nach seinem Rücktritt als Spieler vertraute Klubpräsident Henri Germain Albert Batu seine alte Mannschaft an, für die er insgesamt 13 Jahre in der Verantwortung stand und sie mit seiner Trainerphilosophie des schnellen, technisch anspruchsvollen Offensivspiels zu einem der besten Teams in Europa formte. Fünfmal wurde Reims in dieser Zeit französischer Meister, zweimal Wiesemeister, einmal Pokalsieger und zweimal unter Lag Stade erst im Endspiel des Europapokals der Landesmeister Real Madrid. Neben seiner Tätigkeit als Klubtrainer war er von Ende Februar 1955 bis Mai 1962 ebenfalls für die Nationalelf zuständig, die er in 56 Länderspielen betreute. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 führte er diese auf den dritten Platz Frankreichs bis dahin größter Erfolg. Dabei hatte Batu gezögert, als das Auswahlkomitees des französischen Verbands FFF ihm auf Vorschlag Pierre P. Barrots diese Position antrug, Jules Bigott hatte sie nämlich kurz zuvor gekündigt, weil besagtes Komitee ihm hinsichtlich Lehrgangsdurchführung und Auswahl der einzuladenden Spieler nur minimalen Gestaltungsspielraum gelassen, hatte, erst nach einem Gespräch mit Paul Nikolas, dem kommenden starken Mann des Komitee Selection, in dem dieser ihm die alleinige Verantwortlichkeit in sämtlichen technischen und taktischen Fragen zusicherte. Gab Batu sein Einverständnis und wurde am 25. Februar 1955 förmlich ernannt. Zum Einstand führte er die Blüß Mitte März zu einem 2-1-Auswärts-Sieg gegen Spanien, in dem er fünf Reimsöl-Spiele eingesetzt hatte, von denen Raymond Copa nach dem Schlusspfiff von begeisterten spanischen Zuschauern über den Rasen des Estadio Santiago Bernabeu getragen wurde. Von 1963 bis 1967 verschwand Batu etwas aus den Schlagzeilen, bevor ihn die Assent-Etienne als Nachfolger von Jean Sneller verpflichtete und er mit den Stéphanois sofort eine Serie von drei Landesmeisterschaften in Folge holte. Dazu 1968 und 1970 durch den Gewinn des Pokals auch zweimal das Double schaffte. 1972 endete diese sehr erfolgreiche Zeit bei den Grünen aus Saint-Etienne. In seinen letzten Jahren als Trainer betreute er noch Olympique Avignon, O.G. Zeneza und in der Saison 1981 während 17 Spielen Olympique Marseille, bevor er sich in Grenoble zur Ruhe setzte. Vieles von dem, was den Trainer Barthes, der reine Autodidakt war, erfolgreich und populär gemacht hat, gehört heute zu den Selbstverständlichkeiten eines Übungsleiter-Daseins in einer Zeit, in der in Frankreich viele Vereine und auch die Nationalmannschaft noch gar keinen ausgebildeten, fest angestellten Trainer und schon gar keinen Stab von Spezialisten beschäftigten. Barthes, unmittelbarer Vorgänger in Reims, Henry Rössler, war typischerweise selbst noch Spielertrainer, war das, was er Spielern und Klubpräsidenten zumutete, noch absolutes Neuland. Barthes hatte ein Konzept, das er seinen Spielern in Reims, Saint-Etienne und der Equipe Tricolore beibrachte. Ständige Bewegung im Spiel ohne Ball, ruhiger Spielaufbau, hohe Ballfertigkeit auch der Verteidiger und vor allem, nicht auf Fehler des Gegners zu hoffen, sondern dem Gegner sein Spiel aufzuzwingen und sich im Bewusstsein der eigenen Stärken selbst zahlreiche Chancen zu erspielen. Spieler wurden von ihm stets ermutigt, ihre individuellen Stärken auf dem Platz auszuleben. Den jungen Raymond Cooper beispielsweise forderte er nach einem Spiel ausdrücklich auf, in Zukunft häufiger etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Deine Dribblings sind eine fürchterliche Waffe, sie sind dein wichtigster Trumpf und damit auch der der Mannschaft, der du dadurch Freiräume eröffnest. Albert Barthes führte in den frühen 1950ern auch die in Frankreich bis dahin absolut ungebräuchliche und darum Corner à la Remois genannte kurze Ecke ein. Gepaart mit einer absolut offensiven Ausrichtung ergab dies eine Spielweise, mit der sowohl Reims als auch Saint-Étienne jeweils mehr als ein Jahrzehnt lang den französischen Fußball dominierten. Diese Taktik erforderte höchste körperliche Fitness aller Spieler, deshalb führte Albert Barthes vor Saisonbeginn regelmäßig ein zehntägiges Trainingslager ein, in dem er speziell Kraft und Ausdauer des Kaders trainierte. Die Autorität des Trainers und vor allem die Erfolge seiner Maßnahmen führten dazu, dass grundlegende Kritik von Spielern und Journalisten die absolute Ausnahme in Barthes Laufbahn blieb, zumal er, was er von seiner Elf verlangte, nicht anordnete, sondern erklärte. Dies hat ihm damals den Spitznamen der Prediger eingetragen. Noch heute hört man selbst von besonders kritischen und meinungsfreudigen Spielern wie Copa, Dominique Colonna und Just Fontaine über ihren ehemaligen Trainer nur Lob und häufig sogar Worte der Verehrung. Erfolge als Trainer Dritter bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 Achtmal französischer Fußballmeister, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962 mit Stade D. Reims und 1968, 1969, 1970 mit Assentizien, dreimal französischer Pokalsieger, 1958 mit Reims, sowie 1968 und 1970 mit Stade D. Reims, zweimal Finalist beim Europapokal der Landesmeister, 1956, 1959 mit Stade D. Reims, Sieger der Kuplatine, 1953 mit Stade D. Reims. книgelschläge als Trainer U духовströmung Spitznamen, sien nach dem Ratorium für den Ratorium in Stade D. Reims, Sieger der Kuipersen,